Fantasievolle Geschichten Erzählen vom Turnnachwuchs Two You Stars, das Bundesfinale! Das sind die Timestics von Mestetten für das Schwäbische Alp. Genau aus Baden-Württemberg und haben heute den ersten Platz gemacht! Kleine Sandy und Weißenherz. Wir müssen nicht mehr die verarbeiten müssen, uns zur Mühle befragen, zur großen alten Mühle, wo sie dann gemahlen werden. Genau, und das ist eigentlich die Geschichte. Wir sind einfach auf dem Aschenplatz, das ist einfach unfassbar! Und wie kann es jetzt kaum noch fassen? Es war einfach atemberaubend, weil so viele Leute hier waren und das war einfach groß! Alle haben Beifall gegeben. Das war, als wäre man irgendwo, aber nicht in dieser Halle. Wir haben ein Publikum gehabt! Es war einfach mega! Es hat so viel Spaß gemacht! Es war geil Spaß! Überhaupt! Wie bunt ist Dustin! Wie bunt ist Dustin! Wie bunt ist Dustin! Welts? Wie bunt ist Dustin! 4-2-0-0-0-0-0-0-0!